Für all euch SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen steht die Schule direkt vor der Tür. Und wir wissen, dass es schwer sein kann, sich umzustellen. Also haben wir ein paar lustige Möglichkeiten vorbereitet, um euch dabei zu helfen. Damit der Schulanfang besonders viel Spaß macht, verlosen wir ein paar coole Preise. Zwei Gewinner erhalten ein iPad Pro mit einem Apple Pencil. Eine GoPro Hero 9 Black geht an drei Gewinner. Und über 30 Gewinner erhalten viele weitere Preise. Darunter 100 Dollar Amazon-Gutscheine und Fanboxen für die Schule. Alles was du tun musst, ist auf wondershare.de slash campaign slash backtoschool.html zu gehen. Und uns mitzuteilen, wie du dich fühlst, wenn du wieder zur Schule gehst, indem du eine Emoji-Flipkarte auswählst und sie dann in den sozialen Medien mit dem Hashtag Wondershare Backtoschool teilst, um zu gewinnen. Brauchst du Apps? Nun, Wondershare hat genau das Richtige für dich. Wir haben eine große Auswahl an kreativen und produktiven Apps für Schüler, Eltern und Lehrer im Angebot. Also, worauf wartest du noch? Besuche wondershare.de slash campaign slash backtoschool.html für weitere Details und meistere deinen ersten Schultag.